Hallo, hier ist Muho. Hier in Antaisi sind heute die Winterferien zu Ende gegangen. Heute sind alle Klosterbewohner wieder zurück im Kloster. Morgen wird ein freier Tag sein und übermorgen geht es dann los mit der Ringvorlesung, die wir aus an den Zeschintagen täglich haben werden. Und da geht es dann, wie gesagt, um die Sprüche vom Kodo Sawaki, die auf Deutsch als Andicht zu erhalten sind. Wir werden die auf Englisch lesen. Die Vorlesungen werden wahrscheinlich auch alle auf Englisch sein und ich werde die dann im englischen Teil unserer Homepage dann auch veröffentlichen. Heute setze ich das vierte Kapitel vom Nagai Online, also das kleine dünne Buch von Hitoshi Nagai, das ich übersetzt habe und das im Moment den Titel Penetre und Ich trägt. Ein Gespräch eines 14-Jährigen mit seiner Katze. Und in diesem Gespräch geht es um die Frage, wer eigentlich bestimmt, was gut ist und was schlecht ist. Und dass das unter Umständen gar nicht so einfach ist. Der 14-Jährige Schüler meint, dass es gut ist, das zu tun, was andere zufrieden macht. Und die Katze sagt dann, ja, wenn das der Fall ist, stell dir vor, du bist, du lebst in einer Gesellschaft, wo alle drogensüchtig sind. Alle wünschen sich, dass du ihnen Drogen gibst. Bedeutest du das dann, dass es gut ist, denen Drogen zu geben? Und das überzeugt den 14-Jährigen dann erstmal, der sagt, oh, in dem Fall ist es vielleicht umgekehrt. Ich könnte mir vorstellen, dass in Europa oder Amerika, dass es da einige gibt, die sagen, ja, das kann doch jeder selber bestimmen. Das soll doch jeder selber bestimmen, ob er Drogen nehmen will oder nicht. Und wenn jetzt sich jemand entscheidet dazu, ich nehme Drogen, dann ist es tatsächlich gut, dem auch Drogen zu geben. Wenn jemand also auf dem Standpunkt steht, dann mag das Beispiel, das der Penetreter gibt, nicht so überzeugend sein. Aber man könnte sich auch vorstellen, dass es Eltern gibt, die fragen ihre Kinder, was wollt ihr denn heute zu Abend essen? Und die sagen, wir wollen Gummibärchen. Und morgen zum Frühstück und morgen zum Mittagessen und morgen zum Abendessen, jedes Mal Gummibärchen. Alles, was wir wollen, ist Gummibärchen. Wäre es dann gut, wenn die Eltern den Kindern nur noch Gummibärchen zum Essen geben? Naja, die Antwort ist wahrscheinlich nein. Also wer bestimmt, was gut ist und was schlecht ist? Ein Beispiel oder ein konkreter Fall, auf den die beiden, die Katze und der 14-Jährige, in diesem Gespräch nicht zu sprechen kommen. Was aber sowohl in der Religion als auch in der Philosophie immer ein großes Problem war, wenn es um Ethik ging oder geht, ist Selbstmord. Im Christentum, ich kenne mich zwar nicht so gut aus mit der theologischen Diskussion, aber Selbstmord wurde, glaube ich, immer als etwas Schlechtes angesehen. Denn dieses Leben, das ich lebe, ist ja ein Geschenk Gottes. Was könnte es Schlechteres geben, als dieses Geschenk von Gott zurückzuweisen? Du sollst nicht töten, heißt es, aber das Leben eines anderen zu nehmen, in dem Moment weist man ja noch nicht das Geschenk, das man direkt hat, von Gott zurück. Insofern könnte man im Christentum wahrscheinlich argumentieren, beziehungsweise es ist, glaube ich, so argumentiert worden, dass Selbstmord noch eine größere Sünde ist als der Mord. Denn man versündigt sich ja sozusagen direkt an Gott, indem man das Geschenk des Lebens zurückweist. Wobei es interessant ist, dass es im Alten Testament immer wieder Fälle von Selbstmördern gibt, ungefähr ein halbes Dutzend, glaube ich, die nicht ausdrücklich als Sünder dargestellt werden. Es gibt da sogar den Fall des Samson, vielleicht in der Geschichte der erste Selbstmordattentäter, der letztlich stirbt, indem er ein, ich glaube, es war ein Tempel, zum Einsturz bringt. Und dabei 3000, waren es Philippa oder so, ich weiß es jetzt nicht genau, man kann es nachlesen im Alten Testament. Samson riss mit sich selber 3000 Heiden in den Tod und wird dafür gepriesen im Alten Testament. Wenn Selbstmord die schlimmste Sünde ist, warum wird Samson für seinen Tod gepriesen, könnte man fragen. Im Buch, im Buddhismus ist es ebenfalls der Selbstmord ein kontroverses Thema. Zum einen wird immer wieder darauf hingewiesen, dass es unter den Schülern Shakyamunis einige gab, die sich selbst das Leben genommen haben. Und als Shakyamuni dann gefragt wurde, was ist aus denen geworden, sind die jetzt in die Hölle gekommen oder wie werden die wiedergeboren werden, sagte er zumindest in einigen von den Fällen, nein, die haben Nirvana erlangt, das sind Arhats. Wie kann es sein, dass ein Buddhist, der sich das Leben nimmt, zum Arhat wird? Denn das Problem ist, dass in einer Stelle des Palikan und davon berichtet wird, dass der Buddha eines Tages für zwei Wochen sich zurückgezogen hat, um alleine zu meditieren. Was an sich auch wiederum überraschend ist, denn der Buddha war ja damals schon erleuchtet. Warum hatte der Buddha das nötig, für zwei Wochen in Klausur zu gehen? Hat ein Buddha sowas überhaupt nötig? Aber wie dem auch sei, für zwei Wochen ging Shakyamuni, der Buddha, in Klausur. Und vor der Klausur hat er seinen Schülern gepredigt über den Dharma und dass alles Leben im Grunde Leiden ist. Und als er dann für zwei Wochen in Klausur ging, entschieden sich viele seiner Schüler, sich das Leben zu nehmen. Beziehungsweise es gab da wohl einen auch unter den Schülern, der das aktiv seinen Brüdern, Ordensbrüdern nahe legte. Hier unser Meister hat ja erklärt, dass Leben Leiden ist. Ich habe ein Messer, wenn du willst, ich kann dir das Leben nehmen. Und viele gingen dann auf dieses Angebot ein. Also es heißt, dass sich täglich um die 50 Schüler auf diese Weise selbst das Leben nahmen oder auf das Angebot ihres Mönchsbrüders eingingen und sich töten ließen. Also ein extremer Fall aktiver Sterbehilfe, von dem der Pali-Kanon da berichtet. Und es heißt dann, dass nach zwei Wochen der Shakyamuni zurückkam und überrascht war, dass die Zahl seiner Schüler so stark abgenommen hat. Also es heißt, dass sie 50, nicht 50, sondern 500 seiner Schüler in dem Zeitraum das Leben genommen haben. Und er fragt dann den Aananda, seinen Lieblingsschüler, wie kommt es, dass ihr jetzt so viele weniger seid? Und der Aananda berichtet ihm alles und sagte, ja, Meister, du hast uns doch erklärt, dass Leben Leiden ist. Und täglich haben sich in der Zwischenzeit 30, 40, 50 von uns das Leben genommen oder ihren Bruderschüler darum gebeten, dass er sie töten würde. Und deshalb sind es jetzt 500 weniger. Und dann hat der Shakyamuni ein Gebot erlassen, dass man zum einen sich nicht selbst das Leben nehmen solle und zum anderen auch einem anderen, selbst wenn er darum bittet, ihm nicht das Leben nehmen soll. Also weder Selbstmord erlaubt, noch aktive Sterbehilfe. Wenn das so ist, wie kommt es, dass Buddha in anderen Fällen erklärt hat, dass einer, der sich das Leben genommen hat, das Nirvana erreicht hat. Und, naja, die offizielle Erklärung der buddhistischen Gelehrten ist, glaube ich, dass in den Fällen, wo einer nach dem Selbstmord das Nirvana erlangt hat, in dem Moment, in dem er sich die Kehle durchschnitt, durch die Erfahrung des Schmerzes, die Erleuchtung erlangt hat. Das heißt, die Handlung selbst, der Selbstmord, ist ein Ausdruck eines unerleuchteten Geistes. Aber der erleuchtete Geist hatte in den wenigen Sekunden oder Minuten, die er noch lebte, nachdem er sich die Kehle durchgeschnitten hat, dann doch noch die Erleuchtung erfahren. Das heißt, durch Selbstmord erlangt man nicht das Nirvana, aber wenn man nach dem Akt noch die Gelegenheit hat, zum Beispiel durch die Erfahrung des Schmerzes, zum Dharma zu erwachen, dann kann man das und dann vielleicht eben durch diese Erwachenserfahrung das Nirvana erlangt. Für mich persönlich wird die Sache dann auch noch verkompliziert durch die Geschichte des Todes von Shakyamuni selbst, wie sie im Palikanon dargestellt wird. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt korrekt zusammenbekomme, aber ich werde hinterher, wenn ich den Link finde, noch einen Link zu der Stelle im Palikanon hier drunter setzen, so dass man sich das durchlesen kann. Wenn ich das richtig zusammenbekomme, war der Shakyamuni 80 Jahre alt, als er einmal sehr krank wurde. Und diese Krankheit hätte ihn durchaus das Leben kosten können, aber der Buddha beschloss, noch nicht zu sterben in dem Moment. Und zwar deshalb, weil es während der Regenzeit war, wo die Schüler nicht gemeinsam den Buddha begleitet haben auf der Reise, sondern jeder für sich für drei Monate meditierte. Das heißt, wenn der Buddha in dem Moment gestorben wäre, an dieser Krankheit gestorben wäre, an der er erkrankt war, dann hätte er keine Gelegenheit gehabt, noch einmal seine Schüler um sich zu scharen und noch einmal eine letzte Predigt zu halten. Das heißt, der Buddha beschloss, gesund zu werden. Und als Buddha hatte er diese Kraft, gesund zu werden, aus eigenem Entschluss. Und der Ananda, der damals bei ihm war und der Lieblingsschüler war des Buddha und der auch die ganzen Predigten auswendig kannte. Der Buddha fragte dann den Ananda zu der Zeit. Du weißt, alle meine Predigten, du weißt, ich habe über das Leiden, über die Substanzlosigkeit, über die Vergänglichkeit, alles gesagt, was es zu sagen gibt. Und die Vergänglichkeit, die Substanzlosigkeit, die betrifft natürlich auch den Buddha selbst, mich selbst. Ich werde eines Tages sterben, das ist dir klar. Und Ananda sagte, ja Meister, das ist mir klar. Und der Buddha sagt, wenn dieser Tag kommen wird, werdet ihr Schüler darauf vorbereitet sein und werdet ihr in der Lage sein, mit der Praxis fortzufahren. Und der Ananda sagt, ja Meister, du hast ja alles, was es zu erklären gibt, erklärt. Und wir Schüler sind bereit dazu und auch dazu in der Lage, mit der Praxis fortzufahren, wenn du Meister sterben solltest. Und der Shakyamuni war sehr froh, das zu hören. Und die Regenzeit war zu dem Zeit noch nicht vorbei, als der Teufel, der im Palikanon manchmal auftaucht. Wahrscheinlich ist es eine innere Stimme, die der Shakyamuni da vernahm. Der Teufel sagt, hör auf den Ananda, deine Schülerschaft kommt auch alleine zurecht und geh jetzt mal ins Nirvana ein. Es ist Zeit zu sterben. Du bist 80, du bist ein alter Mann, du hast genug Leiden ausgekostet. Als Buddha wartet das Nirvana auf dich. Warum stirbst du nicht? Und der Shakyamuni sagt zu dem Zeitpunkt, nein Teufel, du kannst mich nicht in Versuchung führen. Noch ist der Zeitpunkt nicht gekommen, es ist zu früh dafür, aber ich kann dich beruhigen, insofern, als dass ich in drei Monaten ins Nirvana eingehen werde. In dem Moment, ich weiß jetzt nicht genau, wie die deutsche Übersetzung ist, die englische Übersetzung und auch die japanische Übersetzung, sie sind alle ein bisschen verwirrend. In dem Moment heißt es, dass ein großes Erdbeben verursacht wurde, weil der Buddha die Wurzel, die Wurzel seines Lebenstriebs durchschnitten habe. Kann sein, dass jetzt, was ich hier sage, die Wurzel des Lebenstriebs nicht die korrekte Übersetzung ist, aber so habe ich das interpretiert. Nach dem Gespräch mit Aananda schneidet der Buddha etwas durch und das ist nicht, wie sagt man, wieder gut zu machen, also es ist nicht umkehrbar. Er macht da eine Entscheidung, die nicht umkehrbar ist und die Erde bebt. Genauso wie sie gebebt haben soll an dem Tag, an dem Buddha erwachte unter dem Bodhi-Baum und sie bebte bei anderen. wichtigen Vorkommen, als der Buddha geboren wurde, ich glaube auch, als er in der Hauslosigkeit auszog. Während verschiedenen Stadien im Leben des Buddhas bebte die Erde und als er die Wurzel seines Lebenstriebs durchschnitt, das war das vorletzte Mal, das letzte Mal, als die Erde bebte, war dann, als der Buddha ins Nirvana eingegging. Was dieses Abschneiden des Lebenstriebs, der Lebenswurzel bedeutet, weiß natürlich keiner genau. Was ich mir vorstelle ist, es heißt ja, dass er mit 36 Jahren der Shakyamuni unter dem Bodhi-Baum die Erleuchtung erfuhr und eigentlich schon zu dem Zeitpunkt ins Nirvana hätte eingehen können. Oder in gewisser Weise hat er zu dem Zeitpunkt schon das Nirvana erfahren und er hätte eigentlich schon sterben können. Denn er hat ja die Lösung gefunden. Es gab keinen Grund mehr für ihn weiterzuleben, denn da war auch keine Begierde mehr. Und wenn man dem Pali-Kanon glauben darf, dann war er auch schon kurz davor, das zu tun. Ins Nirvana, ins Pari-Nirvana 1 zu gehen und zu sterben. Und da kam ein Gott. Ich glaube, es war Indra. Ich kann mich aber auch täuschen. Ein Gott erschien, Shakyamuni. Und wiederum glaube ich, das war so etwas wie eine innere Stimme, die er da hörte. Und dieser Gott bat Shakyamuni doch bitte noch in der Welt zu verbleiben und den Dharma, zu dem er erwacht war, den Menschen zu predigen. Und der Shakyamuni sagte zunächst, das wäre doch sinnlos, denn wer würde mich verstehen? Es braucht einen Buddha, um diesen Dharma zu erwachen. Von den jetzigen Menschen würde keiner diesen Dharma verstehen. Und der Gott bittet ihn, es doch trotzdem zu versuchen. Und selbst, wenn ich keiner verstehen möge, versuch's einfach und vielleicht ist da ja doch jemand. Sähe die Samen und vielleicht gibt es ja einen von diesen Samen, der aufgeht. Und es heißt, dass sich dann der Shakyamuni überreden ließ. Das heißt, er hörte auf diese innere Stimme und beschloss 40 Jahre, über 40 Jahre dann noch durch Indien zu wandern und zu predigen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt entschloss er sich, die Wurzel des Lebenstriebs nicht durchzuschneiden. Das heißt, er entschloss sich weiterhin, wenn er durstig war, Wasser zu trinken, wenn er hungrig wurde, zu essen, sich um seinen Körper zu kümmern. Ich könnte mir vorstellen, dass er durch diesen Entschloss sein Immunsystem gestärkt hat, wenn sowas medizinisch möglich ist. Aber es heißt, dass der Buddha zu allem möglichen in der Lage war. Das heißt, er entschloss sich, gesund zu bleiben und wenn er krank wurde, sich um diese Krankheit zu kümmern und sie zu heilen und das Beste für seinen Körper zu tun. Und das hat er getan, bis er 80 wurde. Als er dann mit 80 Jahren einmal krank wurde, diese Krankheit geheilt hatte, dann aber voneinander bestätigt bekam, dass er eigentlich jederzeit auch sterben kann. Da hat er sich gesagt, okay, ich habe jetzt noch drei Monate, ich will meine Schüler um mich schauen, noch ein letztes Mal predigen, aber danach bin ich bereit zu sterben. Und das teilt er dann auch dem Aananda mit. Der Aananda kommt zu ihm und sagt, Meister, hast du dieses Erdbeben gespürt? Da war dieses große Erdbeben, hast du das gespürt? Und der Meister sagt, ja, natürlich. Dieses Erdbeben wurde verursacht von meinem Entschluss, die Wurzel des Lebenstriebes abzuschneiden. und da beginnt der Aananda plötzlich zu heulen und sagt, Meister, das kannst du doch nicht tun, du kannst doch noch nicht von uns gehen. Und da sagt der Shakyamuni, wie kommt es, dass du jetzt zu mir kommst und das sagst, das hättest du mir vorhin sagen müssen. Die Entscheidung ist getroffen, ich kann das jetzt nicht mehr rückgängig machen. Und Aananda sagt, nein, bitte, 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 Meister, du musst noch bei uns bleiben. Ein Buddha muss doch mindestens 100 Jahre leben können und so weiter und so weiter und Shakyamuni sagt, das hättest du mir vorhin sagen müssen. Hättest du mich vorhin gebeten, ich hätte nein gesagt, aber wenn du mich dreimal gebeten hättest, dann wäre ich auf deine Bitte eingegangen und ich wäre noch 20 Jahre in dieser Welt verblieben, aber da du mich nicht gebeten hast, die Entscheidung ist getroffen und ich werde in spätestens drei Monaten von euch Schülern gehen. Und die Schüler kommen dann nochmal zusammen, der Buddha predigt ihnen dann noch einige Male und eines Tages auf seiner letzten Reise bekommt er Schweinefleisch oder manchmal wird auch gesagt, das war wahrscheinlich ein Pilzgericht. Also eine Speise, die im Palikoran als Eberfreude, die deutsche Übersetzung ist manchmal Eberfreude, etwas was die Eber erfreut, das könnten Trüffel gewesen sein oder der Eber selbst, man weiß es nicht, vielleicht war es Schweinefleisch, vielleicht war es ein Pilzgericht. Er bekommt da etwas vorgesetzt und er erkennt, keiner meiner Schüler wird das verdauen können. Das ist eine vergiftete Speise und er sagt seinen Schülern, keiner von euch soll diese Speise anrühren, ich esse das alleine und er isst diese Speise, erkrankt dann an Speisevergiftung und macht sich noch mal auf auf die Reise, aber er bekommt dann Durchfall und stirbt einige Tage später. Nirgendwo im Palikanon steht, dass er bewusst, dass Shakyamuni bewusst diese Speise gegessen hat, um zu sterben, aber ich kann es mir eigentlich nicht anders vorstellen, denn er hat ja schon bewusst die Entscheidung getroffen, in spätestens drei Monaten aus dieser Welt sich zu verabschieden und wenn er erkannt hat, dass keiner seiner Schüler diese Speise verdauen kann, dann wird er auch gewusst haben, zumal er der Buddha war, dass er selber ebenfalls an dieser Speise sterben wird. Wenn das aber der Fall ist, dann bedeutet das ja dass in gewisser Weise der Tod Buddhas auch eine Form von Selbstmord war. Aber wie gesagt, an einem anderen Zeitpunkt in seinem Leben hat ausdrücklich der Buddha Selbstmord verboten, ihr sollt euch nicht töten und ihr sollt auch anderen nicht dabei helfen, sich zu töten. In der Philosophie ist Selbstmord ebenfalls kontrovers diskutiert worden. Ich bin jetzt kein Kant-Spezialist, aber Kant ist berühmt für seinen kategorischen Imperativ. den ich so ausdrücken würde, du sollst immer so handeln, dass du gleichzeitig wünschen kannst, dass die Maxime deines Handelns zu einem allgemeinen Gesetz wird. Das heißt, man muss sich wünschen können, dass alle ebenfalls nach denselben Grundsätzen leben, wie man selbst. und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, glaubte Kant trotzdem begründen zu können, dass Selbstmord gegen diesen kategorischen Imperativ verstößt. Denn man kann sich ja nicht wünschen können, dass sich jeder das Leben nimmt. die Frage ist nur, ja warum? Die Frage ist nur, ja warum sollte man sich das nicht wünschen können, wenn man selber lebensmüde ist, wenn man sich selber wünscht, nie geboren worden zu werden, wenn man sich wünscht, man wäre nie geboren worden. und wenn man daran denkt, sich selbst das Leben zu nehmen, dann wird man auch nichts dagegen haben, wenn andere sich das Leben nehmen. Und selbst wenn man persönlich sehr am Leben hängt, wenn man sich freut darüber, am Leben zu sein, auf dieser Welt zu sein und selbst im Traum nicht daran denkt, sich das Leben zu nehmen, wird man selbst vielleicht anderen Menschen das Recht einräumen wollen, dass wenn sie nicht leben wollen, selbst entscheiden sollen, ob sie sich das Leben nehmen oder nicht. Und ich glaube, das ist ein Standpunkt, auf dem heute viele Philosophen stehen, oder wenn ich recht informiert bin, ist es auch heute legal, sich das Leben zu nehmen und je nach Land, also in Deutschland ist es glaube ich legal, sich selbst das Leben zu nehmen, das war nicht immer so. Vor einigen Jahrhunderten war es ein Gesetzesverstoß, wenn man versucht hat, sich das Leben zu nehmen, wenn man erfolgreich war, dann konnte man dafür nicht belangt werden, natürlich, aber man durfte dann auch nicht christlich bestattet werden, man war ja ein Sünder. Wenn man erfolglos versucht hat, sich das Leben zu nehmen, war das strafbar, war so wie ein versuchter Mord. Heute ist das soweit ich weiß nicht der Fall, es ist legal, sich das Leben zu nehmen, aber es ist natürlich nicht legal, einem anderen das Leben zu nehmen. Es gab ja schon vor einigen Jahren, glaube ich mal, den Fall, der eine große Sache war in den Medien, dass ein Pilot von German Wings sich das Leben genommen hat, indem er die Maschine, die er gesteuert hat, zum Absturz gebracht hat. Das heißt, er ist nicht alleine gestorben, sondern er hat mehr als 100 Menschen mit sich in den Tod gerissen. Und ich glaube, viele Leute dachten damals und haben das auch gesagt, ja okay, wenn er unbedingt sterben will, wenn er unbedingt Selbstmord begehen will, soll er das doch tun. Aber warum muss er andere unschuldige Menschen mit sich in den Tod reißen? Das heißt, unsere heutige moderne Auffassung, Wahrnehmung, ist, dass Selbstmord an sich ist nichts Schlechtes. Über sein eigenes Leben soll jeder selber entscheiden dürfen, aber Mord ist etwas Schlechtes. Es sei denn, man wird ausdrücklich gebeten um Sterbehilfe, dann kann man argumentieren. Aber Mord an einem, der nicht sterben will, das ist etwas Schlechtes. Aber hier, und jetzt kommt eben die philosophische Frage, wer beschließt das eigentlich? Da könnte man jetzt eben so wie Penetre argumentieren, ja, okay, ich bin umgeben von Leuten, die behaupten, sie wollen nicht sterben, aber das liegt daran, dass die unter dem Einfluss ihrer Illusionen glauben, dass das Leben lebenswert ist. Die haben noch nicht erkannt, kann, dass das Leben leiden ist. Wenn die so wie ich zu der Wahrheit erwachen würden, dass das Leben nicht lebenswert ist, dass es besser wäre, wenn man nie geboren worden wäre. Und jeder Tag, den das Leben kürzer ist, jeden Tag, den man früher stirbt, ein Tag weniger leiden bedeutet. Wenn die das erkannt hätten, dann wären sie froh, sterben zu dürfen. Sie haben das noch nicht erkannt, sie sind gefangen in ihrer Illusion. Ich will denen helfen, indem ich die zusammen mit mir in den Tod reiße. Wie würde man einem solchen Menschen erklären, dass das falsch ist? Wie würde man einem solchen Menschen erklären, dass er einen Irrtum begeht? Dass er sich zwar selbst das Leben nehmen darf, wenn er das möchte, aber dass er kein Recht hat, einem anderen das Leben zu nehmen? Wie begründet man das? Wenn ein Mensch hundertprozentig davon überzeugt ist, dass das Leben nicht lebenswert ist, wenn man wirklich glaubt, das begründen zu können, hey, wenn jemand wirklich leben will, dann musst du ihn leben lassen. Müsste man dann nicht eigentlich doch so weit gehen und so wie das frühere Christentum oder wie die manche alten Buddhisten sagen, du darfst dir noch nicht mal das eigene Leben nehmen. Du magst zwar glauben, dass das Leben nicht lebenswert ist und dass du deshalb sterben sterben solltest, aber genau das ist die Illusion. Du bist derjenige, in der Illusion steckt. Das ist jetzt ein Problem, über das Pénétré mit dem 14-Jährigen nicht spricht, aber das auch ein interessantes Thema wäre. Wer entscheidet eigentlich, ob Selbstmord gut oder schlecht ist? Kann man das überhaupt entscheiden? Kann man wirklich entscheiden, ob Mord gut oder schlecht ist? Und, und das ist eigentlich die grundsätzlichste Frage, selbst wenn man wüsste, selbst wenn es ein objektives Kriterium gäbe, was gut ist und was schlecht ist und alle wären sich darüber einig? Selbst wenn man dieses Kriterium gefunden hätte, was zwingt einen dazu, Gutes zu tun und Schlechtes nichts zu tun? Warum sollte man nicht trotzdem Schlechtes tun? Also in dem heutigen Gespräch sprechen Pénétré nur darüber, ja woher weiß man überhaupt was gut ist und was schlecht ist und am Ende des Gesprächs merken Pénétré und der Schüler, dass das gar nicht so einfach ist. Aber selbst wenn man es wüsste, müsste man noch eine Begründung finden, warum man eigentlich Gutes tun sollte, warum man eigentlich Schlechtes nicht tun sollte. Darüber sprechen die beiden noch nicht, obwohl das eigentlich auch ein Thema ist, über das der Nagai viel geschrieben hat. Okay, so viel von mir für heute. Wer sich das hier direkt auf YouTube anguckt, findet unter diesem Video einen Link sowohl zum Palikanon als auch zu der Übersetzung von Nagai. Wer sich das auf der Anteiji Homepage anguckt, müsste unter Umständen auf den Titel von dem Video klicken, um zu unserem Blog zu kommen, denn unter den Videos unter Umständen der Text nicht vollständig. Wenn der Text zu lang ist, dann kürzt den WordPress und wenn man zum vollständigen Text kommen will, dann klickt man auf den Titel und dann kommt man zu unserem Blog. Okay, vielen Dank für die Aufmerksamkeit an alle, die das hier in voller Länge sich angeguckt haben und ich melde mich in wenigen Tagen wieder zurück und wenn die Ring Vorlesung anfängt auf Englisch dann werde ich die Videos auch hochladen viel Spaß dabei